Penis! Äh, ich meine, los geht's! Der tollbatschige, aber doch sehr liebenswerte Rufus ist zurück und bestreitet in Goodbye Deponia die letzte Episode der wunderbaren Deponia Trilogie. Sein Weg ist natürlich, wie auch schon in den Vorgängern, geflastert mit allerlei Rätseln, schrägen Typen und viel schwarzem Humor. Wie das Ganze im Detail aussieht, seht ihr genau jetzt! Was steht in der Küche und ist nur in kleinen Dosen genießbar? Deine Mutter! Deponia 3 beginnt natürlich genau da, wo uns Chaos auf Deponia mit einem Cliffhanger sitzen gelassen hat. Rufus und seine Freundin Gohl wollen die Sprengung Deponias verhindern und dadurch das Leben aller Deponianer retten. Das Ganze wäre auch gar nicht so schwer. Gäbe es dann nicht Cletus, Gohls unglaublich schlecht angezogenen Ex-Verlobten und Argus, den Amtmann des bösen Organon. Diese wollen nicht, dass im Paradies Elysium die Nachricht eintrifft, dass der Schrottplanet Deponia noch von einigen wenigen Menschen bevölkert wird. Unser Ziel ist es auch dieses Mal, Argus und Cletus aufzuhalten, um mit Gohl die Wahrheit über Deponia im Elysium zu verbreiten. Da es sich aber bei Goodbye Deponia um ein Adventure handelt, wollen wir euch nicht viel zu viel von einer liebenswerten und abgedrehten Story verraten. Dedalic bauen natürlich als Meister ihres Fachs auf die guten alten Adventures der 90er Jahre auf. Somit wird das Spiel stilgerecht, vor allem mit der Maus gespielt. Wir nehmen als Rufus natürlich wieder alles mit, was irgendwie auf dem Boden liegt oder nicht festgeschraubt ist und verstaunen es in unserem Inventar. Knobeln sowie auch kombinieren, so lautet wie immer die Devise für jeden Adventure-Liebhaber oder die, die es noch werden wollen. Natürlich gibt es darüber hinaus noch einige Elemente, welche in damaligen Adventures noch nicht zu finden waren. Wie zum Beispiel die Hotspot-Taste, welche beim Druck auf die Leertaste hilft, benutzbare Gegenstände und Objekte zum Einsammeln zu finden. Außerdem hat sich Dedalic bei Goodbye Deponia eines Elements bedient, was schon damals beim großen Day of the Tentacle eingesetzt wurde. Da sich Rufus im Laufe des Spielgeschehens klont und er nun sage und schreibe dreimal vorhanden ist, können wir durch einen Klick auf ein neues Interface am unteren Bildschirmrand jederzeit durch alle Rufusse wechseln, um so noch mehr Chaos anzurichten. Wenn sich zwei Rufusse sogar getroffen haben, ist es ebenfalls möglich, Gegenstände von einem Inventar zum anderen zu transferieren. Abseits davon enthält Goodbye Deponia wieder diverse Minispiele. Diese sind oft so skurril, dass man sie in einem Adventure nicht erwartet hätte. Sie bieten aber eine gelungene Abwechslung zur normalen Rätselei. Wenn uns mal ein Minispiel überfordern sollte, ist es kein Problem, dieses einfach zu überspringen und mit der normalen Handlung weiterzumachen. Natürlich ist Deponia als 2D-Adventure nicht das Nonplusultra der Grafik bracht. Es ist aber dennoch eines der hübschesten Spiele in seinem Genre auf dem Markt. Wie auch schon in den Vorgängern werden hier handgezeichnete Charaktere in handgezeichnete Hintergründe verfrachtet. Jeder Charakter hat eine Vielzahl verschiedener Animationen, welche nicht nur hübsch aussehen, sondern auch butterweich ablaufen. Hier kann man sich nicht über matschige Texturen beschweren, denn so etwas gibt es zum Glück in der Welt der 2D-Adventures nicht. Ein klarer Vorteil für das vielleicht doch manchmal in Vergessenheit geratene Genre. Wer die Vorgänger von Goodbye Deponia bereits kennt, weiß, dass die Synchronsprecher einen verdammt guten Job erledigen. Keine Stimme wirkt fehl am Platze, jeder Witz sitzt wie eine Eins. Besonders Monty Arnold als Stimme von Rufus überzeugt durch Vielseitigkeit und Sprachgeschick. Er spricht nicht nur Rufus, er isst Rufus mit Leib und Seele. Verrückt, 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 verrückt! Unter den anderen Sprechern befinden sich dieses Mal sogar gleich zwei Gaststars. Kronkh, welcher schon im Vorgänger als obdachloser Akademiker Goon auftritt, ist wieder mit von der Partie. Außerdem gibt Bismuto von den Fantastischen Vier als Cowboy Dodo die Ehre, der nicht nur den Charakter spricht, sondern auch einige Rap-Harts hat. Wie immer ist die musikalische Untermalung sehr vielseitig und fast jeder Bildschirm besitzt seine eigene Hymne. Hier springt der Soundtrack in viele verschiedene Richtungen. So ist unter anderem neben schmissiger Disco-Musik auch die Flower-Power-Musik der 60er Jahre mit an Bord. Außerdem singt uns Poki, der Deponia-Erfinder und kreative Kopfhunderdelik zu jedem Kapitelwechsel noch ein kleines Ständchen, welches die vergangenen Ereignisse rekapitulieren lässt. Wir haben uns sehr über jeden Teil der Deponia-Trilogie gefreut und können ohne schlechten Gewissens verkünden, die ganze Trilogie ist ein Muss für alle Adventure-Freunde. Goodbye Deponia Übertrifft die Vorgänge aber noch in puncto schwarzen Humor, der aber einige Male doch etwas sehr gemein wirkt. Mit einer Spielzeit von 15 Stunden ist Goodbye Deponia aber auch das längste Spiel der Serie und kann in dieser Zeit ständig mit guter Unterhaltung überzeugen. Man fühlt sich wieder in die Glanzzeit der Adventures versetzt und wir können ohne zu zögern Deponia in einem Zug mit alten Größen wie Monkey Island nennen. Das Spiel ist am 15.10.2013 für den PC und Mac erschienen. Ich schuhe künftig meine Kroketten frittieren soll. Sorry, aber ich verstehe kein Wort. Und dann ging deinetwegen meine Badewanne in die Brüche und meine Geldbörse und mein Gasbrenner. Tut mir leid, ich verstehe einfach nur Bahnhof. Du weißt doch, dein Sprachfehler.